Grundrente? Horrorrente? Ist sie schon auf deinem Konto? Was genau ist die Grundrente? Wer bekommt sie? Wer hat Anspruch darauf? Wird Witwerente angerechnet? Ist die Grundrente steuerpflichtig? Grundrente klingt erstmal toll, aber was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Wort Grundrente? Willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen. Drücke gerne auch die Glocke, gib einen Daumen nach oben und teile deine Meinung unten in den Kommentaren. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn am Ende erfährst du, ob die Grundrente steuerpflichtig ist oder nicht. Sei also gespannt. Die Grundrente gibt es ab 01.01.2021. Ganz genau nennt sich dieses Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen. Dieses Grundrentengesetz ist vom 12. August 2020. Mit Wirkung ab 01.01.2021 gibt es für Bestands- und Neurentner, die lange gearbeitet, aber unterdurchschnittlich verdient haben, einen Zuschlag zu ihrer Rente. Dieser Zuschlag ist die sogenannte Grundrente. Bestimmtes Einkommen des vorvergangenen Kalenderjahres oberhalb bestimmter Freibeträge wird auf diesen Grundrentenzuschlag angerechnet, auch das Einkommen des Ehepartners. Das ist geregelt im 6. Sozialgesetzbuch. Pauschal versteuerter Arbeitslohn aus einem 450-Euro-Job bleibt bei dieser Einkommensprüfung außen vor. Der Begriff Grundrente ist aus meiner Sicht irreführend. Also ich verstehe darunter einen bestimmten Betrag, der gezahlt wird und für alle gleich ist. Dem ist aber nicht so. Zahlreiche Kriterien müssen dafür erfüllt sein und es klingt eher nach einem Aufstockungsbetrag oder Zuschlag für langjährig Versicherte. Die Berechnung, die ist extrem kompliziert. Die Grundrente ist also nur ein Zuschlag zur bestehenden Rente. Eine gesetzliche Mindestrente gibt es im System der deutschen Rentenversicherung nicht. Die Höhe der gesetzlichen Rente ist immer abhängig von den erworbenen Rentenpunkten. Die Anspruchsvoraussetzungen für die Grundrente, die haben es schon in sich. Es sind alle Zeiten, die für die 33 Jahre Mindestversicherungszeit mitzählen, die für einen Anspruch auf den Grundrentenzuschlag benötigt werden. Ja, dazu gehören folgende. Man muss mindestens 33 Jahre rentenversichert gewesen sein. Also Zeiten, in denen du und der Arbeitgeber jeweils in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben oder auch eben Zeiten für Kindererziehung oder wer Angehörige gepflegt hat oder wer oder Zivildienst geleistet hat. Und diese volle Grundrente, die gibt es aber erst ab 35 Jahre. Folgende Zeiten zählen nicht zu den Grundrentenzeiten. Das sind einmal die Zeiten des Bezuges von Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II sowie die frühere Arbeitslosenhilfe. Dann die Zeiten der Schulausbildung bei Altersrenten, die Monate mit Beiträgen nach Rentenbeginn, Schwangerschaftszeiten, Monate aus einem Versorgungsausgleich, dieses Rentensplitting. Dann die Zurechnungszeit bei Erwerbsminderungsrente, also der für die Rente fiktiv verlängerte Versicherungsverlauf zur Erhöhung einer Erwerbsminderungsrente oder einer Rente wegen Todes. Dann die Zeiten einer geringfügigen Beschäftigung, also der sogenannte Minijob ohne eigene Beitragszahlung und Zeiten, für die freiwillige Beiträge gezahlt wurden, zum Beispiel um Lücken aufzufüllen oder Wartezeiten zu erfüllen. Also Zeiten von Arbeitslosigkeit, ALG I und ALG II und die frühere Arbeitslosenhilfe zählen nicht zu den Zeiten und dann, in denen freiwillig in die gesetzliche Rente eingezahlt wurde, Schul- und Studienzeiten, dann in denen Erwerbsminderungsrente gezahlt wurde, die zählen auch nicht dazu. Zeiten mit kranken oder verletzten Geld zählen dazu, ebenso also die Zeiten von Selbstständigen, die Pflichtbeiträge gezahlt haben. Man muss mindestens 30% und maximal 80% des Durchschnittslohnes verdient haben und nur diese Jahre zählen für die Berechnung. Bei Kindererziehungszeiten oder Pflegezeiten wird immer angenommen, dass man den Durchschnittsverdienst erhalten hätte. Ja, eigene Einkünfte werden angerechnet, wie die Witwenrente, sonstige Renten, Kapitaleinkünfte, ausländische Einkünfte, also jegliche Art von Einkünften, werden eigentlich angerechnet. Den vollen Zuschlag gibt es, wenn man bis 1250 Euro bei Ledigen und 1950 Euro bei Verheirateten hat. Dann gibt es den vollen Zuschlag. Einkommen darüber wird zu 60% angerechnet. Dann gibt es noch eine Grenze und zwar haben Ledige über 1600 Euro und Verheiratete über 2300 Euro. Dann wird alles, was darüber ist, also über diese 1600 Euro und über diese 1200 zu 100% angerechnet. Ein gesondertes Antrag ist nicht erforderlich, denn die gesetzliche Rentenversicherung prüft automatisch, ob ein Anspruch besteht. Auch die Grundrente, die zählt zu den steuerpflichtigen Einnahmen. Also wer mit seinem zu versteuernden Einkommen über dem Grundfreibetrag kommt, muss Steuern zahlen. Der Grundfreibetrag für 2021 beträgt 9744 Euro für Ledige und das Doppelte eben 19.488 für Verheiratete und für 2022 ist er geringfügig angehoben worden auf 9.984 Euro für Ledige und 19.968 Euro für Verheiratete. Alles, was darüber ist, muss mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Ja, eine weitere Voraussetzung ist eine bestimmte Grundrentenbewertungszeit. Also Grundrentenzeit und Grundrentenbewertungszeit sind leider zwei verschiedene Dinge, die viele verwechseln. Bei dem Grundrentenzuschlag werden das zu versteuernde Einkommen, der steuerfreie Teil der Rente sowie die Kapitalerträge angerechnet. Nicht zu den Grundrentenzeiten zählen Zeiten, die in einem anderen Versorgungssystem zurückgelegt wurden. Das trifft zum Beispiel auf berufsständische Versorgungswerke, die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau oder auch die Beamtenversorgung zu. Menschen, die lange Zeit überdurchschnittlich gering oder überdurchschnittlich viel verdient haben, die fallen da auch raus. Also damit hat aus meiner Sicht die Politik voll daneben geschossen. Gerade die Geringverdiener, die es wirklich am nötigsten hätten, sind von dieser Grundrente ausgeschlossen. Für sie ist die Grundrente also wirklich ein voller Schlag ins Gesicht, weil deren Grundrentenzeit nicht als Grundrentenbewertungszeit zählen. Also es ist unglaublich und kaum zu verstehen. Naja, dann werden diese Rentenpunkte aus den Grundrentenzeiten addiert. Also Rentenpunkte sammelt man durch das Einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung und mit den Rentenpunkten wird später die Höhe der Rente berechnet. Wie viel ein Entgeltpunkt wert ist, wird durch den sogenannten Rentenwert mitbestimmt. Also der aktuelle Rentenwert, der liegt bei 34,19 Euro in Westdeutschland und bei 33,47 Euro in Ostdeutschland. Schauen wir uns nochmal ein paar Fragen zur Grundrente an. Was gilt für Zeiten im Ausland? Also für die Prüfung der mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten werden auch entsprechende Zeiten in Ländern berücksichtigt, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat oder für die das EU-Recht gilt. Ausgenommen hiervon sind Zeiten in den USA und in der Türkei. Der Zuschlag selbst wird aber nur aus deutschen Zeiten berechnet. Zeiten im Ausland werden für die Berechnung der Höhe des Zuschlags nicht berücksichtigt. Was ist mit der Witwenrente? Der Grundrentenzuschlag in der Altersrente wird bei der Einkommensanrechnung zur Witwen- oder Witwerrente voll berücksichtigt. Wird der Grundrentenzuschlag auch ins Ausland gezahlt? Ja, der Anspruch auf den Grundrentenzuschlag ist nicht an einen Wohnsitz in Deutschland. Also somit ist auch eine Zahlung ins Ausland möglich. Ja, nun schauen wir uns mal kurz die Zusammenfassung an. Also die Grundrente, die gibt es seit 01.01.2021. Die Grundrente oder der Grundrentenzuschuss ist keine eigenständige Leistung. Sie muss nicht extra beantragt werden. Die gesetzliche Rentenversicherung ermittelt automatisch, ob ein Anspruch besteht. Ja, es ist eine äußerst komplizierte Berechnung. Und deswegen haben die meisten Anspruchsberechtigten bis heute noch keine Zahlung erhalten. Seit dem 1. Juli 2021 erhalten zunächst nur die Neurentner ihre Grundrente. Und die Berechnungen insgesamt sollen voraussichtlich bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein. Das war aber schon bei der Verabschiedung des Gesetzes klar, dass es vor Ende 2022 nichts wird. Die Grundrente ab 01.01.2021 soll nach Abschluss der Berechnungen nachgezahlt werden. Ja, und nach Schätzung des Bundesarbeitsministeriums werden etwa 1,3 Millionen Menschen einen Grundrentenzuschlag erhalten. Also es müssen, nochmal zusammenfassend, 33 Jahre Grundrentenzeit nachgewiesen werden. Zwischen 33 und 35 Jahren ist es gestaffelt. Ab 35 Jahre Grundrentenzeit wird diese Grundrente in voller Höhe gezahlt. Ja, und dennoch ein ganz wichtiger Hinweis. Die Deutsche Rentenversicherung verschickt keine Ablehnungen. Wer also keinen Anspruch hat, bekommt auch keine Informationen. Ja, und für die, die es interessiert, die Deutsche Rentenversicherung Bund bietet außerdem eine zusätzliche Hotline zur neuen Grundrente an. Unter der kostenfreien Telefonnummer, hier die 0800 1000 4800, werden die Fragen zur Grundrente beantwortet. So steht es jedenfalls auf der Webseite der Deutschen Rentenversicherung. Und die Sprechzeiten sind eben Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Wichtig ist nochmal zu verstehen, kommt man über den Grundfreibetrag, ist auch der Grundrentenzuschlag steuerpflichtig. Dasифrichtig. Was? Was? Was?